Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute mit einer monstermäßigen Monstermarke bei uns aus dem Markenportal. Und die Marke, um die es heute geht, ist Monster. Ja, wie das wieder passt. Und ihr wisst alle, was ein Monster ist. In jedem gruseligen Film kommen Monster vor. Es gibt auch einen Monster Energy Drink. Der ein oder andere kennt den auch. Und es gibt eine Tochtergesellschaft von Randstadt Zeitarbeit, glaube ich. Auf alle Fälle gibt es eine Personalvermittlungsplattform unter Monster. Und deswegen mache ich das Video heute. Es gibt eine Tabakmarke Monster. Und diese Tabakmarke Monster ist eine deutsche Wortmarke. Das heißt, es hat jemand tatsächlich geschafft, Monster als Wortmarke eintragen zu lassen. Das Ganze für die Klasse 34. Dort in der Klasse 34 sind eben die Zigaretten und die Tabake. Und hier in der Klasse 34 ganz speziell für Wasserpfeifentabak und Liquids für E-Zigaretten. Die Marke ist bereits seit 2015 eingetragen. Also sie hat auch schon eine gewisse Laufzeit und wurde auch genutzt, muss man auch dazu sagen. Und jetzt, wie gesagt, steht die Marke zum Verkauf. Das ist sehr spannend, denn ihr könnt mit dem Kauf der Marke einen Online-Shop einrichten, um Wasserpfeifentabak und auch Liquids für E-Zigaretten zu verkaufen. Die Marke wurde erfolgreich auch schon verteidigt und die Marke ist somit nicht mehr zu nehmen und nicht mehr zu löschen. Und das macht es so interessant, weil auch bei Google, und ich habe mal bei Google einfach Monster eingegeben, Bei Google gibt es 3 Milliarden Trefferergebnisse, also nicht Millionen, sondern Milliarden. Und das heißt natürlich für euer Ranking, wenn ihr eine gute, passende Domain dazu registriert, und ich glaube, ihr seid kreativ genug mit Monster Tabak oder Monster Liquid oder Monster irgendwas, dann seid ihr ganz schnell bei Google im Ranking ganz vorne. Und ja, ich möchte, wie gesagt, euch heute diese wunderbare Marke für Tabak anbieten. Und ich bin begeistert, weil der Begriff Monster, wie gesagt, mit dem habt ihr sofort eine supergeile Bekanntheit. Und ja, einfach mal ein Angebot abgeben oder mal auf unserer Seite gucken. Ich verlinke euch das hier unter dem Video. Ihr könnt ja mal draufklicken und Marke kaufen und los geht's mit eurem eigenen Shop für Wasserpfeifentabak und Liquids. Das war's für heute mit der Marke von unserem Markenportal. Lasst mich schnell einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, hier unten drunter einfach auf Abo klicken. Und schon seid ihr bei meinen nächsten Videos wieder mit dabei. Ihr kriegt die immer täglich und regelmäßig täglich zu hören, zu sehen, wie auch immer. Denn über Marke gibt es halt immer was zu sagen. Bis denn, schön ab noch. Servus. Ciao, ciao.